Guten Morgen! Obwohl, ich weiß gar nicht, ob man es noch sagen kann, wir haben jetzt schon kurz nach 12. Ich hatte eine spontane Idee für dieses Video. Und zwar dachte ich, ich könnte eigentlich mal zum Bösnachfahren nach Frankfurt und mir ein bisschen Papier holen. Und da kann ich euch ja eigentlich mitnehmen. Das war die Idee. Mal sehen, was wird. So, viel später als ich eigentlich wollte, gehe ich jetzt auch endlich mal los. Die zwei Kleinen wollten noch ein bisschen beschäftigt werden. Das ist auch Arie. Genau, deswegen hat es alles ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt geht's los. Ich habe jetzt auch noch ein paar Tüten eingepackt, weil ich glaube, neben dem Bösner ist auch noch ein Aldi. Dann gehe ich noch ein paar Sachen holen. Und dann wollte ich auf dem Rückweg dann direkt ins Atelier fahren und ein bisschen noch was mit euch malen. Auf dem hoffentlich neuen Papier, das ich heute finde und kaufen werde. Ich habe auch noch einen Gutschein, den werde ich heute auch noch einlösen. Und ansonsten werde ich ein bisschen gucken. Vielleicht möchte ich mir noch ein neues Skizzenbuch holen. Auf jeden Fall erstmal neues Papier für Guachezeichnungen. Das ist so alles. Ich war jetzt gerade beim Aldi und ich bin froh, dass ich das vorher gemacht habe, weil das war eine einzige Katastrophe da drinne. Also das... Und ich hoffe, dass es jetzt im Bösner nicht so voll ist, weil der ganze Parkplatz hier ist auch voll und dass es da ein bisschen entspannter ist. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht so voll. Ich möchte euch jetzt zeigen, was ich beim Bösen alles mitgenommen habe. Es ist leider nicht so viel, wie es aussieht. Ich habe mir einmal hier so einen Aquarellblock mitgenommen. Das ist ein Postkartenblock. Ich fand die Idee eigentlich ganz schön, einfach kleine Karten zu haben, um darauf mit Gouache Bilder zu malen. Deswegen wollte ich mir ja auch ein neues Papier holen, eben einfach um mehr Gouache zu zeichnen, weil ich da gar nicht so viel Papier habe. Ich habe jetzt extra ein kleineres Format genommen, dass ich halt erst mal so ein bisschen reinkomme. Dann habe ich hier dieses Skizzenbuch von Hannemühlen. Hannemühlen. Ich habe das schon in groß, aber ich fand dieses rechteckige Format, äh Quatsch, dieses quadratische Format echt ganz cool. Und das Papier ist so getönt, das finde ich ganz schön. Und hier habe ich das in groß, das kennt ihr ja schon aus ein paar Videos. Da hatte ich auch meine ganzen Weihnachtssachen drin gemalt. Und ich mag das echt sehr gerne. Deswegen hatte ich mir das jetzt noch mal in klein geholt. Und das hier war eine Idee, die ist mir letztens spontan gekommen. Ich, ihr hattet es ja eben, glaube ich, auch schon gesehen im Video, wie ich das so ein bisschen da draufgelegt hatte. Ich fand es eigentlich ganz cool, so zwölf Bildchen zu haben. Ob ich es dann im Endeffekt auf diese Leinwand wirklich draufklebe, weiß ich ja. Stand jetzt noch nicht. Aber ich habe die jetzt einfach mal mitgekauft, damit ich es auf jeden Fall habe, falls ich das so machen möchte. Die Idee dahinter war, dass ich jeden Monat ein Bild male zu diesem Monat. Am liebsten würde ich dann ein Bild machen, was ich selbst fotografiert habe irgendwo. Und mir so eine kleine Erinnerung von dem ganzen Jahr halt schaffe. Und ich habe es extra ein bisschen größer genommen, damit ich dann hier unten vielleicht noch die Jahreszahl draufschreiben kann. Oder irgendein Spruch oder irgendwas. Aber Jahreszahl finde ich im ersten Moment eigentlich ganz cool. Da wir jetzt ja schon März haben, dachte ich mir, wir malen auf jeden Fall schon Januar und Februar heute gemeinsam an. Und da muss ich mir jetzt erstmal Bilder raussuchen, weil ich habe gar keine Idee. Es war wirklich ganz spontan, dass mir das letztens gekommen ist. Eben als ich dort war, dachte ich, ach komm, kannst du ja eigentlich mitnehmen. Ich dachte erst, ich nehme kleine Leinwände. Und dann habe ich aber diese Leinwandkartons gesehen und fand die eigentlich echt ganz cool. Davon hat jetzt ein Stück genau 61 Cent gekostet. Also ich finde, dass es auch vom Preis her in Ordnung ist. Also ist vom Bösner selbst. Ich finde die Sachen eigentlich immer ganz cool. Das große ist auch von Bösner. Das ist jetzt 40 mal 40. Und das hat 5,30 Euro gekostet. Und die kleinen sind 7,5 x 7,5 Zentimeter. Falls das jemanden interessiert. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Ich habe jetzt alle meine Bilder durchgesucht und habe mich jetzt für ein Bild für den Januar entschieden. Und zwar soll es ein Feuerwerk werden. Und ich bin mal gespannt, ob das passiert. Aber ich denke, ich werde hier dann auch wieder meine Goldfarbe verwenden. Ganz viel Spaß. Ich habe jetzt meine Grünfarben rausgesucht. Ich habe mir jetzt hier so ein schönes dunkel Blau rausgesucht, weil ich den Hintergrund nicht schwarz machen möchte. Weiß und das Hermutweiß. Einfach für das Feuerwerk. Und dann halt noch das Gold. Ich habe jetzt gerade noch die Farbe hier gefunden. Und ich finde, die passt ein bisschen besser, weil die so ein bisschen getönt ist. Bis zum nächsten Mal. Ich habe jetzt mein kleines Feuerwerk fertig gemalt. Und ich finde es, ich liebe es ganz süß. Ich werde jetzt auf die Rückseite noch eine 1 schreiben, damit ich weiß, dass das der Januar ist. Und ja, dann geht es auch schon zum nächsten Bild. Bitte sag mir nicht, dass ich die Einzige bin, die immer alle Sachen in die Farbe reinlegt. Bitte. Bitte. Das passiert mir so oft. Ich lege ständig alles in die Farbe. Ich bleibe. Bitte. Ich lege. Ich lege. Ich lege. Ich lege. Ich lege. Ich lege. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das sind jetzt beide Bildchen. Ja gut, also ich muss sagen, das zweite ist jetzt nicht ganz so schön geworden, wie ich es mir vorgestellt hätte. Aber das erste gefällt mir echt ganz gut und ich weiß, dass ich keine Regenbögen mehr male. Hier habe ich auch nochmal das Originale offen. Sieht halt auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Aber ich habe das nicht schön gekriegt und ich habe mein Bestes gegeben und das ist okay. Aber ich wollte auch einfach Bilder nehmen, die mich ein bisschen herausfordern und ich habe auch noch nie einen Regenbogen gemalt gehabt. Nichtsdestotrotz sollten das ja wirklich Bilder sein, die ich in meinem Alltag auch gemacht habe. Und das fand ich halt echt ganz schön. Ich hatte noch ein anderes Bild mit einem schönen strahlend blauen Himmel, aber ich glaube, dass ich dieses Motiv im Sommer noch öfter haben werde. Deswegen habe ich mich jetzt hierfür entschieden, weil ich finde, der graue Himmel passt halt auch ganz gut zu dem Februar. Und ansonsten war es das eigentlich schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es war ein bisschen spannend und interessant. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Nachmittag, Abend, wo auch immer ihr seid. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Gebt diesem Video sehr gerne einen Daumen nach oben und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ciao!